Anlässlich zu ihrem 14. Hochzeitstag teilt Emma Willis ein emotionales Video mit Ehemann Bruce. Dieses zeigt, wie sich das Paar erneut das Ja-Wort gibt. Mit dabei ist die ganze Patchwork-Familie. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass der Hollywood-Star an einer seltenen Form von Demenz leidet. Die gesamte Familie geht mit der Krankheit sehr offen um und hält stets zusammen. So ist unter der Hochzeitsgesellschaft auch die Ex-Frau des Schauspielers Demi Moore, die unter anderem diese rührenden Aufnahmen gefilmt hat. Der private Film zeigt die Liebe und den Zusammenhalt der Familie. Emma schreibt zu dem Video, An unserem 10. Hochzeitstag haben wir beschlossen, unser Eheversprechen an dem Ort zu erneuern, an dem wir uns 2009 das Ja-Wort gegeben haben. Ich bin so froh, dass wir das getan haben. Nutzt jede Gelegenheit, um mit Familie und Freunden zusammenzukommen und zu feiern. Das sind die Momente und schönen Erinnerungen, die man ein Leben lang festhalten kann. Und wir bewahren diese Erinnerungen sicher und lebendig für diejenigen, die dazu vielleicht nicht mehr in der Lage sind. Bei diesen bewegenden Worten und Aufnahmen bleibt wohl kein Auge trocken.